Yo, meiner, hab ihn, und jetzt den unten hier auch noch, wie geil man, was eine Session, was eine Session einfach, wir handen die Leute down, ist halt auch so Aufgabe, wenn du irgendwie ein Produkt hast, dann muss man da auch so ein bisschen die Leute, die Käufer, zum Handeln anriegen, da hinten, ich sehe ihn, er läuft gerade ins Haus rein, krass, wie viele Leute die einfach rein kommen. Oha, jetzt geht's aber ab, hier sind ja mal richtig viele. Oh, lass den umkarnen, lass den umkarnen. Wuhu, bam! Weggekarrt! Hahaha! Der wurde ordentlich zerquetscht. Was ist da los? Wo kommt ihr alle her? Hat hier nicht noch einer von hinten auf mich geschossen? Okay. Vielen Dank. So will ich das sehen. Explosionen, Kills. Da macht das Spiel Spaß. Lass mal schnell einmal boosten. Ah, klemm ich hier schön an der Kiste. Geil. So, zufrieden, Leute. Zweier Rucksack. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Dann kann ich auch wenigstens die Muni jetzt... Oh, hier oben ist einer drin. Oh, Leute. Heute sind's aber auch wieder die Nades. Hä, hä, hä. Ach, Mensch. Tja, wo könnte man noch hin? Oh! Oh, da oben steht einer. Hat Insta nen Headdy kassiert. Luli. Äh, ich hab fünf Granaten. Ernsthaft jetzt? Hat er sich gerade mit der Granate eingeschlossen? Okay, okay, Kollege. Alles klar. Der hat gute Hits bekommen, der Typ. Okay. cybersecurity. Jo, meiner. Hab ihn. Und jetzt den unten hier auch noch. Wie geil, Mann. Was eine Session. Was eine Session einfach. Ah. Wir handen die Leute down. Keinen kommen. Niemals. Niemals. Da fließt das Andrenalin, Leute. Das sag ich euch. Crazy, Mann. Der kommt mir nicht davon. So, und jetzt holen wir uns die Leute auf dem Feld, würde ich sagen. Noch einmal kurz vollboosten und dann ab da. Okay. Fuck. Ja. Okay. Na komm, ran hier Gilly ist hier drin, okay Oh shit, das ist nicht gut, Leute Oh mein Gott Wow Was ist da los Ich will diesen Gilly Oh war das knapp, Mann Mein Mauspad war auch zu Ende Ich musste mich einmal 360 drehen Oh Ich liebe Adrenalin, Leute Ich liebe es Ich bin ein Junkie Ich bin ein richtiger Junkie Der hat die M24 Nicht gut Ich muss hier wieder rein Deswegen war er wahrscheinlich in dem Ding hier drin Weil zu viele Leute auf einen gucken Aber ich kann dafür die anderen abfangen Die Ohren Das Auto brennt schon Weil das war kurz Dieser elendige Hauscamper da oben Ich brauch die Snipe doch noch Elendig Elendig Was eine Runde Das Ding Das Ding will ich eigentlich nach Hause fahren Das wäre echt schön Wo haben wir sie? Ich bin sogar noch in der Zone drin Nice Die Deckung ist zwar nicht mehr so krass hier Aber Da hinten könnte noch einer sein Die haben alle auf jeden Fall weniger Deckung als ich Ich werde mal ein bisschen zurückgehen Weil theoretisch habe ich hier einen guten Spot Guck mal da läuft doch einer Die haben auch wenig Deckung hier die ganzen Leute Okay Das war der SKS-Tipp Der mich die ganze Zeit genervt hat glaube ich Also noch einer Oh oh Kann er ist nach Hause fahren Shit man Ich will diesen Win haben Ich will ihn einfach Ich habe noch nie einen Win mehr gewollt Der Baum ist aber eigentlich auch ganz gut Der ist relativ dick Ich wette mal Der wird irgendwo oben beim Turm sein Weil jetzt Hier habe ich noch keinen anderen gesehen Also irgendwo oben rechts Denke ich mal Ja Ich habe die Zone meine Freunde Okay Ah da ist er Sehr gut Sehr gut Oh Da ist sie Der Win Wow Was eine Runde Mann Oh Oh The Jungle VIP I reached the top And had to stop And that's what's bothering me